Willkommen zu einem weiteren Video zum nächsten COD zu COD 2017. Es gibt vielleicht ziemlich coole Neuigkeiten. Es könnte nämlich sein, dass der erste Leak tatsächlich schon jetzt rausgekommen ist, dass es jetzt die ersten Informationen gibt. Wie immer, wir wissen das nicht zu 100%. Es könnte echt sein, es muss aber nicht echt sein. Und es gibt auch so ein paar Sachen, die gegen diesen Leak sprechen, die wir uns natürlich auch anschauen. Ganz am Anfang schauen wir uns allerdings den Leak an. Ich kann hier im Video leider nichts einblenden, es tut mir leid. Aber falls das alles echt ist, dann kann ich gestrikt werden und das will ich natürlich nicht. Deswegen ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar direkt beim Typen, der das alles geleakt hat. Falls das irgendwie verschwinden sollte, falls er irgendwie den Account gelöscht bekommt auf Twitter, werde ich nochmal andere Quellen raussuchen und werde das auch verlinken. Ich selbst möchte das aber auf jeden Fall nicht verbreiten, damit ihr da Bescheid wisst. Und ja, wie gesagt, es könnte Fake sein, dass, denke ich, oder die Wahrscheinlichkeit besteht, weil seine Geschichte außenrum ein bisschen komisch klingt. Das heißt, das schauen wir uns gleich an. Dann ist alles ein bisschen, naja, schauen wir mal. Aber genau, es gibt auf jeden Fall einige Bilder und ein Video. Und ich denke, das Video ist auf jeden Fall das Spannendste. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und aufgenommen wurde das Video anscheinend auf einem Event. Man hört im Hintergrund irgendwie Musik. Man hört ein paar Stimmen im Hintergrund. Und das scheint irgendwie so ein Event zu sein, wo einige hingehen. Und auch, was nicht wirklich formell ist, sondern irgendwie schon so ein Event für viele Besucher. Deswegen auch die Musik. Und es hört sich eben so an, als wären da wirklich auch viele Leute. Man sieht dann erstmal, wenn man das Menü sieht, einen Oldschool-Soldaten, was mich wirklich freut oder gefreut hat. Das heißt, wenn dieser League stimmt, dann gehen wir wieder zurück in die Vergangenheit. Boots on the ground und so weiter, was wirklich geil wäre. Es ist so, dass das Menü an sich vielleicht noch ein bisschen komisch aussieht. Sieht ein bisschen, ja, amateurhaft aus. Kann man vielleicht sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich trifft, diese Beschreibung. Aber das ist halt alles noch eine Alpha. Das heißt, wenn das echt ist, dann könnte das natürlich noch verändert werden. Das heißt erstmal noch nichts. Man hat aber im Menü auf jeden Fall schon Animationen. Und die sehen auch sehr so aus wie die Animationen, die wir aus Advanced Warfare kennen. Dieses Randzoomen an den Soldaten und so weiter. Und Advanced Warfare ist von Sledgehammer Games. Das nächste COD ist von Sledgehammer Games. Das heißt, auch das würde auf jeden Fall passen. Es gibt dann schon irgendwie Stats, die man sich anschauen kann. Das heißt, in dieser Alpha, wer dann schon mehr mit dabei ist bei Infinite Warfare, was ziemlich abgefahren ist. Viel ist aber auch noch gesperrt. Man kann den Klassen-Editor nicht aufrufen und so weiter. Matches suchen kann man aber anscheinend schon, was sehr interessant aussieht. Unten ist dann auch noch ein Eintrag auf diesem Menü, wo Merchant steht. Ich glaube, so wird das ausgesprochen. Das ist der Händler. Das heißt, Supply Drops vielleicht irgendwie damit bestätigt. Also das ist wahrscheinlich ein Eintrag für Supply Drops. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Könnte sich dahinter auf jeden Fall verstecken. Und insgesamt gibt es auch einige Modi, die da irgendwie mit dabei sind. Und zwar halt den Multiplayer, die Kampagne und dann irgendwas, was sich Under Survival nennt. Was eben wahrscheinlich in Richtung Zombies geht. Das heißt, das ist wahrscheinlich der Zombie-Modus von diesem angeblichen COD. Es ist so, dass die ganzen Soldaten eben irgendwie oldschool aussehen. Das heißt, wir würden auf jeden Fall ein COD bekommen, was in der Vergangenheit spielt, wie gesagt. Und im Menü gibt es dann auch noch eine Visitenkarte, die man an einer Stelle sieht. Ich hole die mal auch für mich noch selber mit hin, damit ich mir die noch mal kurz anschauen kann. Und diese Visitenkarte, die zeigt ein Bild aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ein relativ berühmtes Bild. Ich verlinke euch das auch mal in der Videobeschreibung. Und dieser Soldat, der hat eben 1944 gekämpft. Das heißt, das würde wahrscheinlich dann heißen, dass das Spiel irgendwann in dieser Zeit stattfindet. Ganz genau sicher ist das allerdings nicht. Und der Schauplatz von diesem Krieg, wo das Bild herkommt, muss natürlich jetzt auch nicht der Schauplatz des CODs sein. Es ist aber auf jeden Fall eine Möglichkeit. Sehr interessant ist dann auch, dass man hier in diesem Menü, wo man diese Visitenkarte oben sehen kann, auch sehen kann, dass man anscheinend seinen Charakter anpassen kann. Customization sind auf jeden Fall wieder mit dabei. Das heißt, das fällt nicht weg, was ich auch sehr gut finde. Und ich denke, das würde auch funktionieren in einem Spiel in der Vergangenheit. Auch da kann man sich natürlich anders ausrüsten. Solange da keine Clown-Outfits mit dabei sind und so weiter, denke ich, passt das dann alles. Und ja, das hört sich irgendwie alles verdammt cool an. Und ich würde mir schon wünschen, dass das echt ist. Denn wenn der League echt ist, würde das bedeuten, dass wir ein Oldschool-Feeling haben, dass wir ein COD haben in der Vergangenheit und natürlich auch Boots on the Ground. Und das ist genau das, was die meisten Leute wollen und was ich auch will eigentlich vom nächsten COD. Von daher, ich wünsche mir, dass es echt ist. Trotzdem, der Typ, der das geleakt hat, der erzählt ein bisschen komische Sachen irgendwie. Er meint eben, er ist auf einem Event, wo man auf Konsolen Infinite Warfare zocken konnte. Die sind dann irgendwie aus dem Spiel raus. Und auf den Konsolen oder auf der einen Konsole war irgendwie dieses Spiel hier installiert, die Alpha. Da sind sie dann rein. Das wurde gesehen von den Leuten, die dort arbeiten. Die haben aber irgendwie entschieden, okay, sie dürfen weiterspielen, dürfen nichts aufnehmen davon. Und ich weiß nicht, das hört sich ein bisschen komisch an. Also erstmal ist es unwahrscheinlich, dass auf irgendeiner Konsole, die irgendwo steht, Infinite Warfare läuft und im Hintergrund noch eine Alpha installiert ist. Denn diese Konsolen für diese ganzen Events und so weiter werden natürlich extra vorbereitet für diese Events. Und warum sollte da irgendwer eine Alpha-Version von einem Spiel vergessen, was bald rauskommt? Ich denke, das wäre schon ein bisschen fahrlässig von den Leuten. Und ich denke mal, die Konsolen, die wirklich die Alpha-Version schon laufen haben, denn die gibt es bestimmt, die stehen alle im Studio von Sledgehammer Games und werden nicht irgendwie auf Events gefahren. Von daher, das kann ich schon erstmal nicht so wirklich glauben. Und er meint dann auf Twitter auch noch, dass die Mitarbeiter vor Ort rausgefunden haben, dass die dieses Spiel gefunden haben, aber sich gedacht haben, okay, wir lassen die das Game jetzt ein bisschen zocken, nur Videos dürfen sie nicht machen. Und auch das hört sich ein bisschen komisch an. Denn wenn das Mitarbeiter rausfinden, dann sind die auf jeden Fall hinterher, um das zu unterbinden. Und ich würde auf jeden Fall sagen, das sind Punkte, die gegen diesen Leak sprechen und eigentlich dafür sprechen, dass das ein wirklich gut gemachter Fake ist. Und gut gemacht ist das auf jeden Fall, falls das ein Fake sein sollte. Das heißt, das hat auf jeden Fall Zeit verschlungen. Aber wenn man irgendwie davon ausgeht, dass das ein paar Leute sind, die das als Hobby machen, dann kann man vielleicht sagen, okay, ihr großes Projekt war eben in ihrer freien Zeit, einen Fake zu machen, der wirklich so echt aussieht, dass man auf den ersten Blick denkt, okay, das ist echt. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, was jetzt los ist mit diesem angeblichen Fake. Ob der echt ist, ob er nicht echt ist. Ich kann mich da nicht festlegen. Ich tendiere allerdings wegen der Geschichte außenrum eher zu Fake. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich bin mal mega gespannt auf eure Gedanken zu diesem ganzen Video und so weiter. Denkt ihr, das ist echt? Denkt ihr, das ist Fake? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Lasst uns so ein bisschen diskutieren in den Kommentaren. Ich werde euch natürlich informieren, sobald es weitere Informationen gibt zum nächsten COD. Lasst also auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert auch unbedingt die Glocke, damit ihr wirklich auch benachrichtigt werdet, wenn weitere Informationen rauskommen. Und ja, das war es dann sonst mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten. Macht's gut und bis dahin. Wir sehen uns beim nächsten Mal.